Musik So, hallo Leute, da sind wir auch schon wieder und ich hatte gerade doch mal wieder einen Absturz, was ganz selten nur noch vorkommt. Und ja, wir machen etwas, was wir lange gemacht haben. Wir stehen in der Wüste und es ist kalt und erfrieren. Ne, ihr seht, wir jagen den Long Sunstone, also sprich den, ihr wisst schon. Sandstone Basarius, oh Gott ey, das kann ja was werden. Wir haben den einmal bekämpft, haben einmal nur knapp gewonnen. Wirklich knapp. Anders kann man es nicht sagen. Oh, scheiße. Der ist echt eine harte Lust. Komm schon, geh durch seinen blöden Schwanzdisch. Oh, oh. Sein Schreien können wir auf jeden Fall nicht aushalten. Dann müssen wir halt auf die Beine. Oh, scheiße. Oh Mann, wir erinnern uns, der war echt hart, was das angeht. Aber jetzt ohne Scheiß. Ja. Ich glaube, wir haben es verkackt. Oh, nochmal Glück gehabt. Wir sind eine Sekunde hinterher gestorben, aber wir haben noch Katzentickets, oder? Bitte lass uns auch genug Katzentickets haben. Die Ausrüstung von ihm ist cool. Naja, eins noch. Danach war es das. Scheiße, scheiße. Warum haben die auch in dem Moment diese scheiß Blutzbombe geworfen? Ich wollte gerade wegrennen. Da fiel er schon auf uns runter. Alter, gibt's doch nicht. Fast direkt One-Hit. Ja, jetzt nur noch so scheiß Flieger. Ey. Geht's noch? Tja, er ist auf die vier geflüchtet und ich glaube, den schaffen wir nicht. Immer noch nicht. Ich find ihn immer noch extrem heftig. Und die Airplugs wirken nicht. Der hat echt einen grummeligen, grummeligen Schrei drauf. Ja, super. Wow. Hat er das schon früher gemacht? Ich kann mich gar nicht daran finden. Scheiße. Alter, der ist so mega heftig. Alter, was der für ein Schaden anrichtet. Jetzt weiter nochmal Dampf hinterher, oder? Nein. Sprungbreit machen. Ey, was bringt uns das? Wir kommen nicht durch den seine Panzer rum. Das ist ja echt ätzend. Bei dem kannst du nur wirklich was mit dem Hammer reißen. Sabberlappen. Komm, zurück, zurück, zurück. Hat geklappt. Nein. Nein. Hey, wir sind durchgekommen. Wie haben wir das denn gemacht? Oh oh. Alter, wie dem sein Gift tickt. Das geht gar nicht. Okay, hat aufgehört. Nicht auf mich, nicht auf mich. Gott sei Dank. Alter, bist du denn bescheuert? Oh Gott, das ist aufregend. Scheiße. Oh, noch mal Glück gehabt. Alter, ich hab die fast nicht mehr gesehen. Einfach nach Gefühl springen. Ist ja schon wieder weg. Auf die sieben ist er abgehauen. Boah, so langsam merke ich aber auch, wie ich müde werde. Ah, ist eine Brustplatte endlich gebrochen. Und da geht unser letztes Katzen-Ticket dahin. Oh nein. Das ist einfach so fett, heftig. Alter, hat der uns echt unterbrochen? Der hat unsere Weeper unterbrochen. Was ist das denn für ein Wix-Keks? Oh, oh. Bam, da fliegt der weg, der arme. Der hat doch gar nichts gemacht. Der stand einfach nur rum. Hä? Was geht ab? Wo backt der denn rum? Ähm. Ist der jetzt abgehauen oder nicht? Scheint so, die rennen alle in diese Richtung weiter. Ich glaube, er ist kaputt. Ich glaube, wir haben ihn kaputt gebackt. Scheiße. Wo ist der denn? Ja, liebe Leute, ganz simpel kaputt gebackt. Der hängt fest. Immer dasselbe, das hatten wir schon mal früher hier in der Wüste. Was sagen denn die Spieler dazu? Äh, wo ist die Maus da? Tja, liebe Leute, was soll ich sagen? Dann stecken wir halt hier mit dem Sandstein-Basarius irgendwie in der Wüste fest. Sehr schön. Sind die Leute rausgegangen? Haben die verlassen? Ich sehe die nicht mehr. Dann farmen wir halt. Sie sind plötzlich wieder da. Was geht denn jetzt ab? Oder? Was geht denn? Okay, nühe Leute, so wie es ausschaut, geht's weiter. Der ist wieder aufgetaucht und zwar auf der 6. Der faule Boss. Oh. Ja, mach Rolle. Oh Mann, Gift, 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 Gift. Ich hasse den so sehr, der Boss. Wow. Ist noch der, den jetzt rückst du auch noch Steine. Dann wird es Zeit, etwas zu essen. Jetzt bin ich aber echt ruhig geworden. Einfach auch Müdigkeit. Was macht der da? Ach so, den Sandsturm. Schraust putten. Wuhu, komm her. Immer Sam mit dem hier. Wow, wow. Scheiße. Das war's. Liebe Leute, wir haben kein Katzen-Ticket mehr. Bäm. Und da ist noch der nächste Down. Ich glaube nicht, dass wir den noch in der kurzen Zeit jetzt irgendwie weghauen. Tja, das war's. Und da habe ich früher immer so schön meine Katzen-Tickets verschwendet für andere, das hätte eigentlich nicht Not getan. Tut's auch sonst keiner irgendwie. Hab bisher nur einmal erlebt, dass mich für jemand wiederbelebt hat. Aber der andere hat auch keine mehr. Von daher tröste ich mich. Dann ist das halt so. Gut, liebe Leute, machen wir doch einfach eine ganz kurze Fehlerfolge hier raus. Einfach mal ein Tag, wo ich jetzt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich springe diese Folge einfach raus, wenn, ähm, ja, wenn ich Kat meine Folge nicht habe, damit ihr nicht ganz ohne Folge dasteht und der nächste Down. Und okay, liebe Leute, wir werden hier zu Holz, das sieht gar nicht gut aus. Ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns wieder in der nächsten vollwertigen Folge. Bis dahin, Leute. Ciao. Bis dahin, Leute. Bis dahin. Bis dahin, Leute. Bis dahin, Leute.